hallo zu einem neuen video ich befinde mich gerade in berlin beziehungsweise berlin-brandenburg am flughafen und zwar hole ich nämlich den kevin vom flughafen ab der war nämlich in italien bei einer rallye ich weiß nicht wie sie heißt ist da mit der gs mitgefahren und auf jeden fall ist er jetzt gelandet und jetzt hole ich den auch ab und dann geht es auch für uns schon zum letzten hard and du serious germany lauf in reetz was der kevin auch noch nicht weiß kevin wird ja hard enduro series germany meister oder wie man das halt auch immer nennt ihr wisst was ich meine und auf jeden fall haben wir auch alle noch eine überraschung für ihn vorbereitet und ja ich glaube ich hoffe er wird sich freuen und ja ich hole jetzt noch was von draga king und dann hole ich den ab ich versuche einen blog zu starten ein was ein blog ein blog ein blog ein paar letzte worte vor der letzten runde ich bin der kevin und ich bin auch dabei ein und Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020